Schlimmer Ne Oh nächstes Update Ja Aber soll ich mal sagen nächstes Update schon wieder Ja hab ich gehört du Affe Das ist nicht gut Gehts eigentlich weiter Hallo Hallo Ach die Weiß doch schon Das ist da wo er eben Oder wo er eben war wo Die Aufnahme Dann abgekackt ist Oder nicht die Aufnahme sondern Kann auch noch was Net vor ihm Bei ihm der Emulator abgekackt ist Da der Blacky Ah der beste Freund Der Deiner ich weiß Ach komm schon Aber mit dir hat es einen Vorteil Du kannst ein paar Fässer überspringen Wenn du drauf bleibst Wenn du drauf bleibst Wenn ich drauf bleib Oh der hat er geschafft Ja das ist ein bisschen einfacher hier Der Gnam 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 Dann stirbt er halt Weißt was du scheiße bist Eins Zwei und Jetzt Aaaaah Komm nimm mal mit Fällst du ruhig gleich wieder runter Ja Deswegen Ist das uninteressant Ja Wollen dass du runterfällst du stirbst Achso Doch Was du eben schon gemacht hast Was du eben schon gemacht hast Weil du dummen Affen gespielt hast Weil du ja bist Schade Hättest du wohl gerne wieder gehabt ne Ja klar Ja 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 Da war bestimmt das G drinne Das G Nicht GT Wie So dass ich schon bei der Hälfte war Ja komm Tod Du warst bei der Hälfte Ja ich habe zur falschen Richtung Ich habe eben falsch gekozt Ich hatte da war eben auch ein Ah Vorsprung Nein, das war er nicht. Ja. Ich hab mich eben zu sehr entspannt. Ja? Mit der Zeit, wo ich auf die warten musste. Also, ich will dieses Level nicht machen. Ich hab da kein Bock drauf. Doch, will zu. Willst du? Okay. Nein, pass auf. Ah. Das jetzt nicht. War doch voll zu sehen eben, du Affe. Danke. Das ist so dumm, so dumm, so dumm, so dumm, da dumm, da dde, da dda. Da konzentriert sich ja jemand. Ja. Ich mag, dass wir da Spinde nicht zu spielen hier. Nur bis aufgehindert. Aber auch immer. Dann muss ich ja gleichzeitig auf diese Wichse noch konzentrieren. Ja! Damit er dir die Feier geht. Wow. ja du kommst da auch noch hin weiß vielleicht auch nur vielleicht komme ich da hin weiß man nämlich nie hat doch doch weiß man nie habe ich da hinkommen 3 ist dafür gut selbst für dich das zu schaffen vielleicht die arschgeige warum sagst du das denn warum beleidigst du mich eigentlich immer war doch klar dass da kein eingang ist das sind immer so verzerrungen so leichter bei mir immer so ein kurs elektron ich habe nur eine das ist das ist ja aber immer wenn wir aufnehmen sind ja sowas doch gut jetzt bin ich ja noch mich jetzt bei dir leckt bei dir leckst du auch dann das geht gerade ich habe immer nur so kleinen apple oder du bist der zappel philipp ja ich darf mir auch ich darf mir auch mal was können ok schade du hast noch ein gutes ist macht nur bei dir ritschratsch hast du eigentlich da auch schon was ihr das schwierigste level ausgesucht deswegen oder ich habe es dir zur wahl gestellt du durfte es ja aussuchen ach komm leck mich doch nee also ich hätte jetzt gerne noch ein eis oder keine ahnung aber dich frostflitzer das kann nur das mit dem pinguin sein das ist das nur komm ja ich wusste es so dumm pinguin trägt 79 wir töten sie alle auf dem fleck ja aber so schnell irgendwo ist das loch irgendwo ist das loch irgendwo ist das loch irgendwo ist das loch ja ja nah kommt schon frosty wieso ist die nicht gesprungen jetzt drehsprung drehen und springen ist nicht so das wahre deswegen halte ich auch ane du hast ja keinen ja außer den standard mit dem n64 labern den nnds controller habe ich auch das ist eine miese falle aber kein freiwillig in den abgrund pinguine das hol ich mir von nachts abstürzen ja werde gleich weil hier irgendwo so ne Scheißpinguienkacke von vorderkommt siehst du, meinst du die? ja jetzt hast du sie wieder und er ist weg und er ist geschafft ohne Ziel bam 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 dreht der Affe richtig durch meinst du ich will hier noch lange bleiben im Schneelevel? Frosty ist schon ganz geil ist das der beste? ja ist der unterhaltsamste Gegner wer ist unterhaltsam? du ne? was soll der Scheiß denn? das weiß ich nicht aber es war sehr interessant und weißt du was das fördert? meine Spielkraft ach sorry was klappt? Frosty das Snowman oh das verpixelte oh du bist ein Wichser ja ha 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 ist klar ah ne jetzt kommen wir genau bum 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 jetzt kommt ba bam das war Falsche das war Falsche 2 fliegt Falsche Fliegt das ist jetzt D war wohl nix ne ne aber Frosty ist ganz lustig also siehst du ja es ist am lustig er geht er bringt dir sogar zum Lachen Du bist so richtig behindert. Warum? Warum? Warum sagst du sowas zu mir? Siehst du? Das ist jetzt die Bestrafung dafür. Ne. Meine Konzentration ist das voll für den Arsch. Hä? Ist die im Arsch oder am Arsch? Für den Arsch, du Affe. Guck mal, vielleicht bringt dich vor, dass die Snowman zum Lachen. Aua! Aber dich trifft er dafür. Warum lass sie nochmal treffen? Ja. Boah, eher 3. Also alle guten Dinge sind ja 5, das wissen wir ja schon. Ja. Ihr frisst paar mehr. Bang, bang, bang. Oh, das vergesse ich ja immer wieder. Oh, Kurva. Ist ja auch blöd. Denken wir, er ist 2, 3, 2, aber er ist ja 3, 2, 3. Galopp, galopp, ist das? Galopp, galopp. Galopp, galopp. Ach, Zentus. Galopp, galopp. Ich sag dir nur eins. Stürz ab. Wir machen noch Forsti den Snowman. Jeder möchte gerne einen Forsti haben. Jetzt redet der wieder nicht mit mir. Weiß ich, ich hege und pflege meine sozialen Kontakte, ne? Dozentus. Das macht der nie. Trifft das Loch, trifft das Loch. Flash, halt die Fresse, komm jetzt. Was denn? Ich habe eine...